Fühlten sie sich schon mal verflucht? Von dem hier? Von dem hier? Drei Götter, drei Teufel, älter als alle christlichen Fantasien. Oder aber von dem? Ein Fluch führt zu Panik und irrationalem Handeln. Mika, lass mich hier nicht allein! Man entkommt ihnen selten. Der Fluch, der auf uns lastet. Wenn es sie tötet, holt es mich. Und geht dann zurück bis zu dem, der es entfesselt hat. Die Reihe vom 22. bis zum 26. September. Bei Kinowelt TV. Ihr verfluchter Lieblingssender.